In diesem Tutorial werden wir uns anschauen, wie man Wurzeln aus komplexen Zahlen ziehen kann. Um Wurzeln aus komplexen Zahlen zu ziehen, braucht man eigentlich nur einen einzigen Satz und eine Formel, die wir natürlich auch gleich anschauen werden. Die einzige Voraussetzung ist aber, dass ihr die drei Darstellungssommeln für komplexe Zahlen kennt. Damit meine ich diese kartesische, polare und eulerische Form. Wenn das nicht der Fall ist, findet ihr auch dazu ein passendes Tutorial, entweder am Ende im Abspann oder oben rechts unter dem I-Punkt. Also, als erstes brauchen wir diesen Fundamentalsatz der Algebra, der folgendes besagt. Eine Gleichung enten Grades, vom Aufbau wie folgt dargestellt, besitzt in der Menge C, also die Menge der komplexen Zahlen, genau N Lösungen. Oder anders formuliert, die höchste Potenz in dieser Gleichung gibt auch die genaue Anzahl der Lösungen. Nun mal so am Rande, wenn das eine Polynomgleichung wäre, mit einer ganzrationale Funktion, würde dieser Satz ein bisschen anders lauten. Und zwar, es wären maximal N Lösungen. Also ihr seht, die komplexen Zahlen bringen schon ein paar Besonderheiten mit sich. Für den Fall, dass das zu schnell ging, hier noch zwei kurze Beispiele. Also, wir haben hier eine Gleichung und ich hoffe, gut erkennbar, die höchste Potenz ist bei der Z hoch 5. Das bedeutet für uns, dass diese Gleichung genau fünf Lösungen besitzen wird. Oder, Z hoch 3 ist gleich 1, ist klar, die höchste Potenz ist die hoch 3, also wird diese Gleichung genau drei Lösungen besitzen. Wieso das so ist, werden wir gleich anhand von Beispielaufgaben sehen. Und, wir werden uns in diesem Tutorial nur auf diese Art von Gleichung beziehen. Komplexere Gleichung, wie die da oben, werde ich dann gesondert in einem anderen Tutorium behandeln, was ihr am Ende im Abspann findet. Neben diesem Fundamentalsatz benötigen wir auch noch die Formel von Moabryl. Und zwar, die besagt folgendes, Alle Gleichungen der Form Z hoch N gleich B, wobei B eine komplexe Zahl ist, verschieden von 0, besitzen genau N Lösungen, nämlich N enten Wurzel aus B. Also, das bedeutet, übersetzt, wenn wir eine Gleichung dieser Form haben, mit Z hoch N ist gleich B, dann besitzt diese Gleichung genau N Lösungen. Das sollte uns schon bekannt vorkommen von diesem Fundamentalsatz. Es gibt zwei allgemeine Formeln, einmal in der Exponential- oder Euler'schen Form und dann noch in der Polarform. Nicht erschrecken, die Formeln sind jetzt im Moment noch nicht so wichtig, die sehen natürlich relativ schrecklich aus. Die sind sehr leicht zu verwenden, das werden wir gleich sehen bei den Beispielaufgaben. Was allerdings an dieser Stelle noch wichtig wäre, ist, dass ihr diesen letzten Satz versteht, was auch noch zu dieser Formel gehört. Und zwar, alle dieser N Lösungen liegen auf einem Kreis mit dem Radius N der Wurzel aus R um den Nullpunkt. Versuchen wir uns das ein bisschen anhand von einfachen Beispielen vorzustellen. Wir haben hier die Gleichung Z hoch 3 ist gleich 1. Anhand der Hochzahl 3 sollten wir schon schlussfolgern, dass wir auf jeden Fall drei Lösungen haben werden. Und wenn wir jetzt diese Lösungen in der komplexen Zahlenebene eintragen würden, dann würden sie genau so aussehen. Wieso das der Fall ist, sehen wir gleich bei den Beispielaufgaben. Wichtig ist nur, dass ihr versteht, dass diese Lösungen auf diesem Kreis liegen und der Radius dieses Kreises, so die Länge dieser Zeiger, ist immer N der Wurzel aus R. Und hier ist unsere erste Beispielaufgabe. Berechne und skizziere die Lösungen der komplexen Gleichung Z hoch 3 minus 1 ist gleich 0. Dann gib die Lösung in kathesischer Form an. Okay, wenn wir die Gleichung anschauen, das Erste, an was Sie denken sollen, ist, wie viele Lösungen wir eigentlich bei dieser Gleichung haben werden. Zur Erinnerung, wegen der Hoch 3 haben wir natürlich genau drei Lösungen. Dann nehmen wir jetzt die Gleichung, formen sie ein bisschen um. Also wir haben dann Z hoch 3 minus 1 ist gleich 0. Dann bringen wir die 1 rüber mit plus 1. Somit haben wir Z hoch 3 ist gleich 1. Gut, ich hoffe, das ist klar. Ab hier geht es nicht mehr weiter ohne Formel. Deshalb, kurz hier rechts noch eingeblendet, die zwei nicht so schönen Formeln, die wir vorher flüchtig eingeschaut haben. Wie bereits gesagt, keine Sorge, die sind relativ einfach zu verwenden. Es geht nun darum, um sie verwenden zu können, brauchen wir noch ein paar Buchstaben hier. Fangen wir erstmal mit der ersten Unbekannte. Also in beide Formeln stecken die gleichen Unbekannte natürlich. Die erste ist N. N ist kein Problem. N ist genau die Hochzahl von Z, also 3. Dann brauchen wir dieses kleine R. Ja, zur Erinnerung, klein r hat ja man immer bestimmen können mit dieser Formel. R ist dann Wurzel aus a² plus b², wobei a und b real und imaginär ein Teil der komplexen Zahl sind. Welche komplexe Zahl ist überhaupt damit gemeint? Naja, die gut versteckte hier. An dieser Stelle haben wir nicht nur eine 1, sondern wir haben eigentlich 1 plus i mal 0. Nur i mal 0 ist 0, deshalb schreibt man es immer hin. Also hier steckt immer die komplexe Zahl. Und ich glaube, spätestens jetzt sind a und b eigentlich gut erkennbar. Nochmal hier ein bisschen genauer angedeutet. Also a ist 1 und b ist 0. Somit können wir auch klein r bestimmen. Klein r ist dann Wurzel aus a² plus b², also 1 ins Quadrat plus 0 ins Quadrat. Und das ergibt natürlich 1. Gut, wir haben jetzt klein r. Als nächstes bräuchten wir diese n-te Wurzel aus r. Ich schreibe es nochmal kurz allgemein hin. Also n-te Wurzel aus r ist dann für uns nichts anderes als dritte Wurzel aus 1. Und das ist selbstverständlich auch 1. Gut, rn ist geklärt. Jetzt fehlt uns nur noch der Winkel. Zur Erinnerung, um diesen Winkel zu bestimmen, gab es auch eine Formel. Und zwar Tangens Phi ist gleich Imaginärteil durch Realteil, also b durch a. Und die verwenden wir jetzt auch. Also wir sagen dann Tangens Phi ist dann, bei uns ist der Imaginärteil 0. Geteilt durch 1 sind natürlich 0. Wenn man das jetzt mit Arctan, beziehungsweise in Taschenrechner Tangens hoch minus 1 oder mit einer Wertetabelle auswertet, dann findet man natürlich heraus, dass Phi an dieser Stelle auch 0 ist. Und damit haben wir jetzt alle Unbekannten, die wir brauchen, um diese Formel oben anzuwenden. Wie bereits gesagt, es handelt sich um die gleiche Formel hier. Es geht ja nur um zwei verschiedene Darstellungen, Exponential- und Polardarstellung. Also, dann fangen wir erstmal mit der Exponentialdarstellung, damit wir das auch mal ein bisschen geübt haben. Unsere erste Lösung lautet natürlich dann Z0. Also, K ist 0 am Anfang für die erste Lösung. Und diese N-te Wurzel aus R war bei uns 1. Scheißvollständigkeitshalber hin. E hoch I mal, und dann müssen wir alles einsetzen in dieser Klammer hier oben. Also, hier sehen wir an dieser Stelle, Phi war 0, plus K mal 2 Pi, 0 mal 2 Pi. Und das Ganze geteilt durch N, N ist natürlich 3. Trotzdem ergibt das alles 0 oben in der Hochzahl. Also, wenn ich jetzt so hinschreibe, ausführlich, dann habe ich 1 mal E hoch I mal 0. Übrigens, ich lasse es mit Absicht auf diese Weise stehen, damit wir jetzt auch noch die Polarform anschauen. Das heißt, wir gehen weiter und jetzt schreiben wir es noch auf die Weise hin. N der Wurzel aus R war wieder 1 mal Klammer auf. Und jetzt sollte euch auffallen, dass ein Cosinus und ein Sinus genau das gleiche steht, wie hier oben in der Hochzahl oder im Exponenten von E. Also, das hier haben wir schon alles ausgerechnet. Das ist einfach eine 0. Kurz gesagt, wir haben dann Cosinus von 0 plus I mal Sinus von 0. Und wenn wir das Ganze jetzt zusammenfassen, zur Erinnerung, Sinus von 0 war ja 0 und Cosinus von 0 war 1. Also, am Ende haben wir nur noch 1 mal 1, kommt 1 raus. Und das ist unsere erste Lösung. Die zweite Lösung, das wäre dann für uns Z1. Also, Z1 ist gleich. Ja, 3 bis vorne bleibt ja 1. Nur bei der Hochzahl von E ändert sich was. I mal und dann Klammer auf. Unser Winkel ist immer noch 0. Dann haben wir für K1, also haben wir 1 mal 2 Pi ausführlich geschrieben. Und das Ganze geteilt durch 3. Wenn wir das ein bisschen zusammenfassen, dann haben wir 1 mal E hoch und die Hochzahl da zusammengefasst ergibt 2 Pi Drittel. Also, I mal 2 Pi Drittel. Gut, jetzt können wir natürlich auch in diese Polardarstellung gehen. Also, die 1 vorne lassen wir wieder stehen, nur Vollständigkeit halber. Und dann, den Winkel haben wir, beziehungsweise das, was in Cosinus und Sinus geschrieben wird, das sind diese 2 Pi Drittel. Kurz gesagt, haben wir dann an dieser Stelle Cosinus von 2 Pi Drittel plus I mal Sinus von 2 Pi Drittel. So, und das kann man jetzt ausrechnen. Also, die 1 vorne können wir auch letztendlich ignorieren. Cosinus von 2 Pi Drittel anhand einer Wertetabelle oder mit Arc Cosinus und Arc Sinus haben wir dann an dieser Stelle Minus 1 Halb. Bleibt übrig. Plus I mal Sinus von 2 Pi Drittel sind dann Wurzel 3 Halbe. Das ist dann für uns die zweite Lösung. Und die letzte Lösung, Z2. Einfach mit der gleichen Taktik. Dann setze ich hier für K nur 2 ein. Dann habe ich praktisch 0 plus 2 mal 2 Pi durch 3. Zusammengefasst ergibt es dann praktisch 1 mal E hoch I mal 4 Pi Drittel. Damit haben wir wieder die Zahl, die wir jetzt in Sinus und Cosinus einsetzen. Die 1 vorne werde ich mir jetzt sparen. Die spielt erstmal keine Rolle. Und dann haben wir Cosinus von 4 Pi Drittel plus I mal Sinus. von 4 Pi Drittel. Gut. Und die kann man wieder in eine Wertetabelle ablesen. Cosinus von 4 Pi Drittel sind wieder minus 1 Halb. Und Sinus von 4 Pi Drittel sind minus Wurzel 3 Halbe. Deshalb ziehe ich dieses Minuszeichen nach vorne. Und dann habe ich minus I mal Wurzel 3 Halbe. Und jetzt müssen wir nur noch schauen, ob wir die Aufgabenstellung vollständig erfüllt haben. Also eine Aufgabe stellt, berechne und skizziere die Lösungen. Gib die Lösung kathesischer Form an. Also die Lösung kathesischer Form haben wir hier unten schon. Also berechnet haben wir auch schon. Das Skizieren fehlt noch. Dafür stellen wir uns ein bisschen kurz diese komplexe Zahlenebene vor. Und wir haben ja schon bei unserer Formel gesagt, dass alle Lösungen auf diesem Kreis hier sind. Und der Radius von diesem Kreis ist natürlich diese N-T-Wurzel aus R. Also 1. Das ist der Radius. Das bedeutet, wir können da mit gutem Gewissen sagen, dass wir hier eine 1 haben. Hier ist 1. Hier ist minus 1. Und hier ist auch minus 1. Also handelt es sich in diesem Fall sogar um den Einheitskreis. Der Radius eine Einheit ist. Gut. Jetzt unser erster Zeiger. Lautet 1. Das bedeutet, er hat nun Realteil. Und wenn wir das zeichnen, dann geht es einfach nur vom Ursprung bis hier. Das ist Z0. Und wir können spätestens jetzt ganz gut erkennen, dass der Winkel tatsächlich 0 ist. Also V gleich 0. Das ist der Winkel zwischen dieser Z, dieser Lösung und der Realachse. Das ist 0. Unsere zweite Lösung wäre hier. Das kann man eigentlich auch gut nachvollziehen. Also Realteil minus 1,5. Ja, das stimmt, wenn man auf die Realachse hier schaut. Und Imaginärteil ist Wurzel 3,5. Ja, das kann man sich vorstellen, dass es hier irgendwo ist. Und die letzte Lösung, beide Real- und Imaginärteile sind negativ. Deshalb liegt es natürlich hier. Also wieder minus 1,5 und dann minus Wurzel 3,5. So kann man dann die Lösung auch grafisch darstellen. Und zum Schluss, zum Üben noch eine kürzere Aufgabe. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt das Thema jetzt verstanden, dann würde ich euch empfehlen, an dieser Stelle auf Pause zu drücken, selbst die Aufgabe zu lösen und einfach mit meinem Lösungsweg zu vergleichen. Sonst legen wir jetzt los. Berechne und skizziere die Lösungen der komplexen Gleichung. Na gut, von vornherein sollte euch klar sein, es gibt zwei Lösungen wegen der Z hoch 2. Dann blende ich nochmal kurz die zwei Formeln, die wir gleich brauchen werden. Und ja, die Formel ist schon eigentlich, oder die Gleichung ist schon ungeformt. Deshalb brauchen wir auf jeden Fall noch diese zwei Gleichungen. Sozusagen Standard. Also legen wir los. In erster Reihe schreibe ich noch zuerst kurz die Gleichung ab. Z Quadrat ist gleich 3 plus 4i. Und dann, als erstes, wollen wir natürlich dieses r ausrechnen. Also haben wir r ist gleich, a und b sind gut zu erkennen hier, 3 und 4. Also haben wir dann Wurzel aus 3 ins Quadrat plus 4 ins Quadrat. 9 plus 16 sind 25 und Wurzel aus 25 sind 5. Dann brauchen wir diese n-te Wurzel aus r. Ich schreibe es nochmal allgemein hin. n-te Wurzel aus r bedeutet für uns, zweite Wurzel aus 5. Und zweite Wurzel ist natürlich die stinknormale Wurzel. Also Wurzel 5 haben wir an der Stelle stehen. Als nächstes natürlich unser Winkel. Tangens phi ist gleich imaginär durch der R-Anteil. Also in diesem Fall 4 Drittel. Und das ist keine schöne Zahl, die man jetzt direkt ausrechnen könnte. Also nur mit Hilfe des Taschenrechners würde das gehen. Also Arctan oder Tangens hoch minus 1 von 4 Drittel. Eingetippten Taschenrechner ergibt einmal in Grad, damit man sich ein bisschen orientieren kann. Schreibe ich auch noch hin. 53,1 Grad. Und als Bogenmaß oder Radiantzahl wäre das dann 0,92. Also es gibt auch solche Aufgaben, wo die Zahlen nicht so schön sind wie vorher, wo man mit Wertetabellen arbeiten kann, sondern man muss sich einfach mit dem Taschenrechner durchkämpfen. Und spätestens jetzt haben wir alles, was wir brauchen, um in diesem Fall unsere zwei Lösungen hinzuschreiben. Also ich fange wieder mit Z0 an und natürlich wieder mit der Exponentialform oder der europäische Form. Also diese N-T-Wurzel aus R haben wir wie ausgerechnet, sind einfach Wurzel 5. Mal I hoch I mal und jetzt kommt die Klammer. Also Phi war 0,92. Ich rechne jetzt mit Bogenmaß natürlich, weil die Formel es auch so verlangt. Plus K ist 0 mal 2Pi. Und das Ganze durch 2. Also N ist für uns 2. Dann fassen wir das Ganze zusammen, haben dann Wurzel 5 mal E hoch I mal, da bleibt nur 0,92 geteilt durch 2 übrig. Und das sind dann mal 0,46. Das können wir jetzt auch anders schreiben in dieser Polarform oder polare Darstellung. Vorne bleibt dann wieder Wurzel 5, dann Klammer auf. Dann haben wir einmal Cosinus von 0,46 plus I mal Sinus von 0,46. Ja, und das kann man wieder ein bisschen schöner schreiben, ausrechnen, ausmultiplizieren. In diesem Fall, wenn man das Ganze ausrechnet, also ich habe alles nur in den Taschenrechner eingetippt und dann Wurzel 5 mit jeder dieser Werte sozusagen multipliziert. Erstaunlicherweise kommt sogar was Gescheites am Ende raus und zwar 2 plus I mal 1. Also das ist die komplexe Lösung, die sich hier an dieser Stelle ergibt. Jetzt nochmal schnell Z1. Wir haben dann Wurzel 5 mal E hoch I, Klammer auf, 0,92 plus 1 mal 2 Pi und das Ganze durch 2. Die Hochzahl habe ich auch im Taschenrechner eingetippt und zusammengefasst. Dann haben wir Wurzel 5 mal E hoch I mal 3,6. So, und dann wieder die Zerlegung in dieser polaren Darstellung. Und dann haben wir Wurzel 5 mal Cosinus von 3,6 plus I mal Sinus von 3,6. Und wenn man nicht gerundet hat und auch hier die Klammer auflöst, also diese Wurzel 5 mit beiden dieser Werte wieder multipliziert, da kommt erstaunlicherweise auch was Schönes raus und zwar minus 2 und minus I mal 1 sozusagen. Und das Einzige, was wir an dieser Stelle noch brauchen, ist natürlich eine Skizze. Dafür nehmen wir wieder diese komplexe Zahlenebene und dieser Kreis hier, auf dem alle Lösungen stehen sollten. Radius von diesem Kreis kennen wir ja schon, das ist Wurzel 5. Also das bedeutet, hier haben wir an dieser Stelle Wurzel 5 stehen. Hier haben wir Wurzel 5. Vielleicht zur Orientierung, Wurzel 5 sind ungefähr, glaube ich, 2,2. Hier ist natürlich minus Wurzel 5 und hier ist auch minus Wurzel 5. Also diesmal ausnahmsweise nicht der Einheitskreis. Und unser erster Winkel für den ersten Zeiger beträgt 53,1 Grad. Also deshalb wird der erste Zeiger ungefähr so aussehen. Und der zweite, statt 2 plus I haben wir minus 2 minus I. Also komplett die entgegengesetzte Richtung. Das wäre unser zweiter Zeiger. Zum Schluss noch ein paar kurze Hinweise. Natürlich gibt es noch andere spannende Sachen, die man mit komplexen Zahlen machen kann. Unter anderem sind natürlich die Operationen wichtig, wie Addition, Substraktion, Multiplikation, Division, sowie deren geometrische Deutung. Dann das Umrechnen in die verschiedenen Formen, was wir auch hier indirekt gebraucht haben, ist natürlich auch von großer Bedeutung. Und es gibt tatsächlich auch vier schlimmere Gleichungen, als die, die wir jetzt gesehen haben. Gleichungen, die mit Substitution, Polynom, Division oder Horner-Schema zu lösen sind. So wie die Komplex-Exponential-Logarithmus-Funktion. Wenn bedarf, Tutorials zu all dieser Themen findet ihr gleich im Abspann. Jetzt gehen wir mal. Vielen Dank.